Guten Tag, hier ist wieder euer Omni mit einem neuen geschnittenen Playthrough, wo ich euch die Highlights zeigen will von einem sozusagen Herausforderungs-Let's Play, wo ich nur die Vasallen-Mobilisierungseinheiten benutzen werde. Das heißt, wir haben folgende Regeln. Einheiten dürfen nicht in Städte gebaut werden, dürfen keine Einheiten beschwören und wir dürfen keine Nekromantie einsetzen. Einheiten dürfen halt eigentlich fast nur über die Vasallen-Mobilisierung rekrutiert werden, Einheiten aus Events sind okay und Post-Battle-Einheiten außer Nekromantie sind auch in Ordnung. Das bedeutet, dass wir versklavte Einheiten, so selten es auch vorkommen wird, tatsächlich übernehmen dürfen. Doch genug davon, tauchen wir ein in Toborocks Welt. In dieser Welt will Toborock, der Ordnungsdrache, ein heiliger Gott in seinem Volke, die Menschen und alle anderen Wesen manipulieren, um seine Zwecke und seinen Sinn auszuführen. Wir haben uns da absichtlich Gegner ausgesucht, die wir tatsächlich schon kennen. Die gute Brunhild aus unserem Tutorial-Playthrough, Stillfall vom Nekromantie-Playthrough und wir haben noch den guten alten Gomi-Dunkelpfeil, der hier als auserwählter Zerstörer unser Feind sein wird. Das heißt, wir haben ordentlich böse Energie, die wir auslöschen können und mit unserer manipulativen Propaganda beeinflussen können. Weil ich die ersten Einheiten löschen muss, habe ich mir bewusst einen Drachen als Helden gewählt, der langfristig zumindest einigermaßen stark sein sollte und uns hoffentlich durch die frühe Duchsphase, in Anführungszeichen, hindurchbringen kann mit seinen mächtigen Fähigkeiten. Ich werde, wie gesagt, alles, was ich jetzt hier an Einheiten habe, löschen. Ihr seht außerdem, ich habe Wunderarchitekten gewählt, damit wir schnell ein Wunder anbauen können, um Einheiten dazu zu bekommen und die soziale Fähigkeit Bannerfürsten sowohl als Kartenfähigkeit als auch soziale Fähigkeit angewählt. Damit kriegen wir schneller Basalmobilisierung. In meinen Augen wäre die Kartenoption nicht mal nötig. Die soziale Option ist aber ganz cool deswegen, weil die nächste Stadt direkt offenbart ist und schon direkt im ersten Pack startet. Außerdem habe ich mir vorgenommen, den Speer zu behalten. Der wird nicht kämpfen dürfen, das auf keinen Fall, aber er darf mit sich umschauen. Genauso wie Toborock erstmal auch nur zum Speer degradiert wird, damit wir sehen können, was unser Land so bietet. Unsere erste Stadt, die wir sehen, ist dann Pennweg. Das ist natürlich unsere typische, unsere Kulturstadt. Die müssen wir schnell jetzt zu dem ersten Neu-Details-Bab bringen. Ihr seht aber, wenn ich einen Flüsterstein hinzufüge, geht das sauschnell, weil wir eben schon diese Fähigkeit gewählt haben, die uns den ersten Rufbonus bringt. Das heißt, wir sind zumindest schon mal vorbereitet, dass wir die ersten Einheiten rekrutieren können. Außerdem ist unser altes Wunder ein schlängender Versteck. Da können wir leider nur die Sturmhautschlange und die Pestseuchenschlange beschwören. Ich hätte mir natürlich mehr gewünscht, dass es die Fäden sind. Aber ja, das passt trotzdem hoffentlich und läuft sich aus, auch wenn es nicht unbedingt die stärkste Stadtarmee sein wird. Ja, danach zur Kultur werden wir uns hier so anschauen. Ja, wir haben Podal gewählt, einfach weil wir erstmal zusammenstehen als eine ganz coole Fähigkeit haben, die wir auch allen unseren Vasallen-Einheiten mitgeben können. Außerdem kriegen wir die coolen Buffs auf die Wirtschaft, versuchen hier absolute brutale Wirtschaft zu geben. Und auch eben auf solche Zauber wie hier Gläubiges Geflüster zu gehen, um die Vasallen-Städte an uns zu binden und möglichst schnell wirklich zu Vasallen zu machen. Damit sie nicht einfach nur von anderen KI-Gegnern eingenommen werden. Je mehr Vasallen-Städte wir haben, desto mehr können wir rekrutieren. Denkt daran. Und mittlerweile seit dem neuen Patch könnt ihr halt auch krasse T4-Einheiten da rekrutieren. Was deutlich mehr Spaß macht, kann ich jetzt schon mal sagen. Und ihr werdet auch sehen, dass das Ganze auch ziemlich, ziemlich mächtig wird dann. Ihr seht auch das erste Wunder, finde ich auch immer sehr cool. Ihr kriegt halt keine Start-Einheit, aber ihr kriegt direkt 20 Produktionen dazu. Ihr kriegt nochmal 9 Produktionen durch unsere Fähigkeiten dazu, also 29 durch das alte Wunder. Außerdem könnt ihr, wie gesagt, neue Einheiten rekrutieren. Und, was man nicht unterschätzen darf, 5 Imperium pro Runde mehr, was natürlich extrem stark ist. Und jetzt können wir unseren ersten Vasallen schon rekrutieren. Ihr seht, ihr seht, ihr seht erst in der dritten Runde. Das liegt natürlich auch an der Kartenmodifikation, aber auch an unserem Social Trade. Und können unsere erste vier Einheiten bestellen. Das große Problem, was wir haben werden, das ist natürlich das Problem, was jeder Spieler hat, aber mit der Vasallen-Mobilisierung noch viel mehr, wird das Geld sein. Wir haben kein Geld, Verluste irgendwie zu ersetzen und wir haben kein Geld, auch jemals alle Armeen irgendwie zu rekrutieren. Da müssen wir extrem sparen und werden auch oft das Problem haben, dass wir nicht genug Gold haben, um ein Gebäude zu bauen, zum Beispiel. Jetzt haben wir unsere zweite Stadtschule getroffen. Ich habe hier nicht eingeschränkt, wie viele Städte es gibt. Das heißt, wir können auf dieser normal großen Karte sauviele Städte erwarten. Unser zweite fängt direkt im Krieg an. Das heißt, es wird nochmal teurer, denn das Gold müssen wir wiederum ausgeben. Und so sieht unsere erste Armee aus, T1-Einheit von Volk, also auch von Dahl tatsächlich. Die Beschwörer, was ganz cool ist, die zum Beispiel kämen nämlich nicht im alten Patch. Die sind erst durch einen neuen Patch möglich, weil die jeweilige freie Station eine gewisse Charakterklasse hat, sage ich jetzt einfach mal, oder generell Gesellschaftsklasse, wodurch ihr halt bestimmte Einheiten rekrutieren könnt, die ihr nur da beschwören könnt oder nur da rekrutieren könnt. Das ist ein enormer Vorteil. Dieses gläubige Flüster gibt dann, wenn ihr schon mal einen Flüsterstein dahingegeben habt, 30 Prozent, glaube ich, waren es, mehr Einfluss auf die Stadt, wodurch ihr halt schneller an die höheren Pakte kommt. Und ja, an sich ist die Stadt eh schon in unserem Sack, sage ich mal. Das passt schon. Es gibt dann in unserem Toborock, wie gesagt, diese Fürstenmechanik, vor allem nämlich Produktion. Das heißt, wir sind in der fünften Runde schon bei 90 Produktionen. Diese Stadt hier wird enorm schnell Gebäude rauspumpen. Das sieht man jetzt schon an diesen Gebäudewerten oder diesen Bauzeiten. Das ist absolut krank. Gehe ich nicht immer wieder darauf ein, nur dass ihr es einmal gesehen habt, wir haben eine enorme Produktion und wir werden auch eine enorme Nahrungsproduktion haben durch die Gebäude, die ich euch noch zeigen werde. Wie wir es halt bei dieser Strategie einfach massiv auf Wirtschaft zu gehen, wenn wir hier unsere dritte Stadt treffen, hole ich einfach ein bisschen aus. Massiv mit feudalern Herrschern oder ähnlichen Kulturen, die wirklich einen krassen wirtschaftlichen Vorteil bekommen, wie jetzt Strebsam, also hier Industrious, sind extrem stark, weil ihr so einen brutalen Snowball-Effekt habt. Ich habe hier nämlich auch nicht mehr Brutal Light oder sowas als KI-Gegner, sondern komplett die eskalierten Triumph Studio Brutal-KI, zu der wir auch nochmal kommen, dass da nochmal ein großer Fehler in meinen Augen existiert, den die Entwickler unbedingt beheben müssten. Aber diese KI heißt natürlich, wir haben X-Stacks, die uns konstant unter Druck setzen werden. Kommt auch immer durch die Map natürlich an, wie gut das dann bei denen funktionieren. Aber wir werden sehen, dass sie natürlich nicht so sind, wie jetzt im Necromancer-Playthrough, wo sie ja okay stark waren, wo wir sie natürlich auch gut überlaufen haben. Hier werden sie aber definitiv nochmal eine andere Herausforderung bieten. Jetzt seht ihr das nächste, warum ich vor Dahl gerne nehme, das Eintreiberlager. Es ist irgendwie skeptisch zu sehen, ja, es ist halt nur Nahrung, aber es ist halt so viel Nahrung und Wachstum gerade am Anfang des Spiels, sie sind in der siebten Runde und haben schon Bevölkerung 6 und wenn ihr da jetzt nochmal Nahrung draufpumpt, kriegt ihr halt sehr schnell die 10 Bevölkerung, und habt einen massiven wirtschaftlichen Vorteil, der immer weiter sie ausbaut. Wir werden als erste Imperiumsentwicklung Befriedung nehmen, dann können wir nämlich eine Plage auslöschen und kriegen bei allen freien Städten dafür einen Rufbonus. Das heißt, wir können schon mal Pennweg und die Stadt, die uns nicht so gerne hat, auch nochmal für uns gewinnen. Glücklicherweise müssen wir auch nicht selber kämpfen. Halt unsere erste Belohnung, die wir nutzen können, ist Adlerreitier und ein bisschen Produktion, was wir natürlich auch gerne mit annehmen. Dann sehen wir direkt das nächste alte Wunder, was wir natürlich versuchen werden anzuschließen, einfach um mehr von den Vasallenpunkten zu bekommen, mehr rekrutieren zu können. Außerdem erforschen wir gerade den Zauber, in Anführungszeichen, das Stadtbauwerk von Wendt. Konwent gibt jedes Mal 5 Mana und 5 Wissen, wenn unsere Stadt einigermaßen glücklich ist über, ich glaube, instabil. Und wir versuchen natürlich auch, extrem glückliche Städte herzustellen. Der Toborock ist ein Golddrache, ein Gott unter den Drachen sozusagen, und versucht mit seinen unglaublichen geistigen Manipulationsverhältigkeiten die Bevölkerung für sich zu gewinnen. Und das bedeutet eben auch, sehr glückliche Städte zu produzieren, die möglichst viel auswerfen. Pennweg ist mittlerweile dann schon zu unseren Vasallen geworden, innerhalb von 8 Runden, also 7 Runden in dem Prinzip, und gibt uns schon die ersten Ressourcen. Das sind 10 Mana, 5 Wissen und 6 Gold, was natürlich immer mehr wird, je weiter wir voranschreiten. Je weiter wir voranschreiten, dann kriegen wir auch das magische Material bereitgestellt und so weiter und so fort. Und das Wichtigste, auch immer stärker Einheiten seit dem Wolf-Patch. Der hat da nämlich eine Änderung reingebracht. Deswegen spiele ich das Ganze auch nochmal gerne für euch vor, damit ihr sehen könnt, wie gut das funktioniert. Dann haben wir schon die vierte Stadt getroffen, die auch noch nebenan ist, und zwar Wachheim. Also als wenn ich die Map hier gescriptet hätte, um richtig viele Städte zu finden. Ihr seht es. Jetzt können wir auch den Frieden schließen mit Traumgewölbe, so dass wir da auch direkt auf 300 Ruf kommen und relativ schnell irgendwann unseren Ruf verbessern können. Was uns natürlich fehlt, ist Flüsterstein, ne, der Flüsterstein. Wir brauchen unbedingt die Imperiumsentwicklung mit den Flüstersteinen, damit wir da auch Fortschritte machen können. Ansonsten seht ihr die üblichen Plagehorchte. Da brauchen wir jetzt nicht so sehr drauf einzugehen. Ich werde hier natürlich die Umgebung clearen. Ich werde da jetzt nicht jeden Kampf zeigen, sondern es wird schnell jetzt gleich in der Zeit springen. Es werden natürlich Ereignisse kommen, die das Ganze aus der Bahn werfen. Aber damit ihr schon mal wisst, dass wir jetzt natürlich nicht jedes Mal zeigen, welche Plagehorchte uns jetzt wohl einen Nerv geben. Und dann treffen wir als erstes die gute alte Brunhild, verdorben durch ihren Materialismus, ihre industriellen Einstellungen. Natürlich überhaupt nicht der Fall für unseren gläubigen, ordnungsbezogenen Kuborock, der hier die Menschen für sich gewinnen will. Außerdem wird sie uns konstant auf den Nerv gehen, wie ihr gleich noch sehen werdet. Den zweiten Flüsterstein holen wir uns dann auch aus dem Ordnungsentwicklungstree. Den dritten kriegen wir unten aus dem Neutralen. Ich hätte im Nachhinein ein bisschen mehr auf Schatten gehen müssen, denn da kriegt man auch noch Flüstersteine und ganz coole Fähigkeiten für die Vasallen. Habe ich so ein bisschen vermisst, kann ich jetzt schon mal sagen. Würde ich im Nachhinein zur Optimierung nochmal machen. Ansonsten seht ihr, das gläubige Flüster wird auf jede Stadt eingehauen, damit wir wirklich möglichst schnell vorankommen, auch wenn hier die Ziegen zum Beispiel nicht gerade willig sind, sich uns anzuschließen. Wir haben aber schon mal eine Transformation. Wir werden dann sehen, ob wir noch irgendwelche coolen Transformationen finden. Unten sehen wir auch schon die, ich glaube mittlerweile fünfte freie Stadt. Also wir haben einiges an Optionen übrig. Die zweite Heldin können wir wählen. Das ist dann Rima. Die werden wir als unsere, ich glaube Magierin ausstatten, sodass wir eine zweite Armee langsamer sicher zusammenbauen können. Ihr seht momentan auch noch nichts Spektakulärs. Wir haben weiterhin unsere Schlangen. Wir werden ganz, ganz viele Schlangen erstmal haben. Und halt die Raubbeschwörer, glaube ich heißt sie, die halt eine sehr gute Fährkamp-Einheit sind. Generell sieht man, und das ist auch sehr cool an dieser Strategie, immer wie genau man sich jetzt die Strategie zurechtlegen muss. Bevor wir darauf eingehen, sehen wir, warum mir Brunel jetzt schon auf den Nerv geht. Ja, die baut mir hier tatsächlich aus dem Post fort. Auch das ist die klassische Triumph-Studio-Strategie. Forward Settling, kennt ihr ja von Civilization. Haut immer auf den Spieler drauf. Wo wir jetzt weitermachen, Leute, ein ganz wichtiger Punkt. Denn wir haben viele, viele Nachrichten erhalten, dass die KI tatsächlich auch andere Spiele forward settelt. Und ich bin zu der Meinung gekommen, dass das nicht so weitergehen kann. Das heißt, wenn auch ihr helfen wollt, wenn auch ihr spenden wollt, um solche Opfer von Forward Settling durch die KI, gerade auf brutaler Stufe, zu verhindern, dann lasst doch einfach ein Like hier, lasst einen Kommentar da und abonniert den Kanal. Nur so können wir wirklich Attention bekommen, um dieses große Problem, diese Diskriminierung durch die ekelige KI zu unterbinden. Ich zähle auf euch, denn es ist eure heilige Pflicht. Das sagt euch auch Toborock. Oben haben wir uns den Turnierhügel eingenommen, war ja kein spektakulärer Kampf. Aber ihr seht, wir können auch schon mit dem Außenpost durch unsere Social Trade, Wunderarchitekten, diesen alten Hügel oder Turnierhügel, wie auch immer, an uns heranbinden und die Ressourcen schon wahrnehmen. Was genial ist. Denkt nochmal dran, das sind fünf Imperium. Das solltet ihr nicht unterschätzen. Dann treffen wir auch schon Stillfall, den haben wir auch irgendwo gesehen. Und natürlich auch der wird uns forward setteln. Nicht ganz so schlimm wie Brunhills, so wie die das da gerade gemacht hat. Einfach mal schön an unser Gebiet, um uns zu nerven. Aber trotzdem. Dann seht ihr auch schon, unsere Auswahl hat sich erhöht. Wir haben jetzt schon mehr, als der Bildschirm hergibt. Und nichts Besonderes, die Beschwörer sind noch immer unsere Haupteinheit. Jetzt können wir aber ein bisschen so auf Oger gehen. Auch nicht die besten Einheiten, sind aber am Anfang gerade, haben wir auch beim Nikomantil-Let's Bay gesehen, ganz nett zu haben. Damit kann man arbeiten. Währenddessen wechseln unsere Stadt massiv weiter. In der 15. Runde sind wir wirklich ordentlich dabei. Und in der nächsten Runde können wir auch endlich unsere Einheiten alle mit der Feudalfähigkeit zusammenstehend ausstatten. So, dass wir wirklich eine schlagkräftige Armee haben, die auch 20, im besten Fall immer 20% mehr Schaden machen kann. Währenddessen seht ihr mal einmal, wie ein Plagenhoch da oder eine Invasionsstreit macht, im Wasser schickt. Und ihr seht, Brunhild, ja, ich kriege wirklich Dvögen, will da anscheinend irgendwo einen Außenposten auch nach links bauen. Links neben unserer Hauptstadt. Warum auch immer. Ja, so ist die KI. Deswegen habe ich jetzt schnell mit unserer zweiten Heldin nochmal unten einen Außenposten gebaut, damit die uns da nicht alles klauen kann. Weil wir brauchen schon unsere drei Städte, um kompetitiv zu sein. Ihr habt ja auch gesehen, die Karte ist nichts Besonderes. Pangea mit Hochland. Das heißt, wir haben hier schon gute Ausbreitungsmöglichkeiten und auch wirtschaftlich durchaus viel Potenzial, sodass das funktioniert. Wir haben jetzt unsere nutzbringende Integration, schrecklicher Name, gewählt im Imperiumszweig, um unsere Stadt möglichst direkt mit zwei Bevölkerungen starten zu lassen, sodass wir jetzt rechts unsere Zweitstadt bauen und langfristig links auch noch eine Stadt hinzufügen können. Die Städte werden natürlich nicht so schnell wachsen, wie jetzt die Erststadt. Die sind außerdem bedroht von dieser nervigen Plage, aber da werden wir uns natürlich zu gegebener Zeit drum kümmern. Werden wir nicht großartig drauf eingehen, außer der Kampf wird jetzt übermäßig spektakulär. Ansonsten sehen wir links, ja, Bruneth hat da oben tatsächlich einen Auspass gebaut. Das heißt, der Traum von den Fäden wird erstmal nicht wahr werden. Dann nehmen wir auf jeden Fall das Buch der Wurzeln. Aus einem ganz einfachen Grund, unsere Armeen sind zu dem Zeitpunkt, den wir uns jetzt befinden, relativ schwach. Das heißt, wir nehmen natürlich Verderbnisklingen und Schiffbeide mit, damit wir möglichst alles bereit gefächert buffen können. Aber vor allen Dingen nehmen wir das Rankengefängnis. Denn das Rankengefängnis ist sehr stark. Es ist zwar genervt worden, glaube ich, aber es gibt noch immer sehr viele Ranken, die halt irgendwie beschworen werden. Worauf die KI gab, gerne mal ab und zu so eindrischt. Also ihre ganzen Fähigkeiten verschwenden, ihre Ressourcen verschwenden, um diese Ranken, die mir ja komplett egal sind, zu verdichten. Als letztes Treffen war dann, ist eine Vierspielerkarte, den alten Gumi Dunkelpfeil. Und da ist es relativ entspannt. Da habe ich nämlich gar nicht mehr daran gedacht. Den hatte ich nämlich mal unmodifiziert, sodass er ein auserwählter Zerstörer ist. Das heißt, er kann, halleluja, keine weitere Stadt bauen. Das heißt, er kann uns nicht ganz so aggressiv vorwärtsetteln, wie jetzt die anderen beiden. Das sollte tatsächlich ein unbeabsichtigter Vorteil für uns sein. Ansonsten seht ihr, ich zeige euch gerade mal, wie es aussieht. Wir hauen hier einen Flüsterstein und den anderen raus. Die ersten zwei können schon, oder der erste kann schon integriert werden. Das müsste dann Pennwacht sein. Und jetzt hauen wir auf Wachheim und das Trauergewölbe, glaube ich, dann unsere nächsten Flüstersteine raus. Aber zuerst mal müssen wir noch die Ziegen für uns gewinnen. Ansonsten bauen wir hier unsere Städte Stück für Stück immer aus. Wir machen wirklich ein richtig krass Fotos auf Nahrung, damit wir halt über die Farmen unsere ganzen Sondergebäude halt mitnehmen können. Unser Tuborock, unser geistiger Manipulierer, unser Herrscher, unser Gottkönig geht dann auf Materium. Ja, jetzt sagen wir, es ist auch industriell und so weiter. Wir werden ein bisschen Materium tatsächlich brauchen, aber wir kriegen dadurch auch schön Crit und Verteidigung. Von daher auch eine ganz gute Kombination, um die Rolle von Tuborock als so der Tank und unser Haupt-Damage-Dealer gerade am Anfang auch wirklich ausfüllen zu können. Ja, wenn ich jetzt nochmal darüber rede, worauf wollte ich eben hinaus? Die Vassalmovisierung ist auch deswegen sehr cool, weil die Vassalmovisierung uns die Möglichkeit gibt, bestimmte Einheitentypen immer so zu rekrutieren. Wir werden jetzt hier vor allem diese Beschwörer als am Anfang haben, das heißt, wir werden einen Fokus auf Kampfmage haben, wodurch wir vor allen Dingen dann gezwungen sind, in Anführungszeichen, auf diese Forschung zu gehen. Ihr seht jetzt auch unser erstes Mal, wo ich die Sonderregel einfüge über Quests oder Events, können wir das annehmen. Es war sogar ein Event, das von Gneissen, der fünften freien Stadt, kommt, die uns halt irgendwie Einheiten geben, was genau da passiert ist. Ist für Toborock egal, die sind willige Mitarbeiter im Ordnungsgefecht und deswegen haben wir uns sie mitgenommen, nichts Besonderes. Trotzdem, ihr seht es nochmal bei Toborock und hier bei unserer zweite Helm Rima, es sind noch immer Schlangen, 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 Schlangen und Ogre. Das heißt, der Schwerpunkt von Kampfmagie ist momentan noch nicht so ausgeprägt. Das heißt, auch für euch, wenn ihr diese Strategie nehmt, müsst ihr immer gucken, was für Einheiten bietet uns das Spiel. Kämpfeinheiten wie die Schlangen sind halt irgendwie nicht so cool, weil sie ziemlich farblos sind. Ihr seht aber, ich habe immer noch die Beschwörer da oben und T2, Kampfmagie Einheit, ist sehr stark, gerade weil der Beschwörer ne AOE-Fähigkeit hat. Das heißt, die hole ich mir immer wieder und deswegen sollte ich eigentlich jetzt schon, mache ich ein bisschen zu spät, auch weil ich einfach auch gemütlich im Wirtschaftsspiel spiele, schon Fokus auf Kampfmagie setzen. Denn eigentlich gibt auch an, dass diese statt mir Beschwörer bereitsteht, dass sie auch später Kampfmagier bereitstellen wird, was ich eben zu meinem Gunst nutzen sollte. Ansonsten gehen wir weiter über den Ordnungstree, ihr seht, das sind einige Fähigkeiten, die wir brauchen, um unsere Vasallen zu verbessern. Eine Key-Fähigkeit kommt aber relativ spät, ist aber enorm stark. Unser dritter Helden wird Irissa, die Stürmische, die haben wir durch diesen Turnierplatz bekommen. Also umsonst kriegen wir die tatsächlich auch oder zum Rekrutieren bekommen und jetzt können wir sie nehmen und haben damit unsere drei Armeen schon mal mit Helden ausgestattet. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir genug gute Einheiten haben, um die auch wirklich voll zu machen. In den 20er Runden, sag ich mal, haben wir dann unsere drei Grundstädte stehen. Das wird natürlich lange Zeit unsere einzige Möglichkeit, Sage-Städte zu haben. Über das Limit gehen will ich nicht und ich werde jetzt auch nicht darauf mich fokussieren, die vierte Stadt freizuschalten. Ansonsten seht ihr, wie jetzt momentan die Lage ist. Brunnhild hat hier echt diese verfluchte Stadt ausgebaut und sie ist im Krieg mit Stillfall, was ich tatsächlich ziemlich gut nachvollziehen kann. Guckt euch das an, wo sie sich hinstellt. Ihre Armee steht, also wirklich, Brunnhild selber steht da hinten am A der Welt und nervt mich einfach nur, während Stillfall jetzt einfach ihr Gebiet plündern werden kann. Gut, ist schön. Dann haben wir ja langsam auch ein bisschen hier den Untergrund mal Aussicht. Wir sehen, der Untergrund ist wie immer leider noch immer nicht gefixt. Guckt euch das an, das ist nichts wert. Aber gut, momentan soll uns das nicht weiter stören, das ist uns eigentlich egal. Und wir können die erste T3-Einheit beschwören, und zwar eine ziemlich coole, denn auch eine Kampfmarge-Einheit, den Magma-Geist. Hat eine AOE-Fähigkeit, die extrem stark sein kann. Kann ich also nur empfehlen, wenn ihr die bekommt. Einfach dieses Verbrennen ist das ja in AOE ein Feld um den Gegner herum. Kriegen alle Schaden, super cool. Dann haben wir unseren dritten Flüsterstein jetzt bekommen. Das heißt, wir können jetzt alle Städte oder relativ schnell alle Städte nach und nach für uns einnehmen. Natürlich werden wir nicht alle kriegen können, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Chance, den Großteil zu bekommen durch unsere Fähigkeiten, durch unsere Traits und durch die drei Flüstersteine. Unser Weg in den Tomes oder in Zauberbüchern führt uns weiter den Ordnungsvater hinab. Wir wollen das Tribunal umringt haben, denn das gibt uns 20 Stadtstabilität. Zusammen mit dem Kombent, den ich eben mal erwähnt habe, haben wir damit nämlich eine gute Möglichkeit, schon relativ stabil an viel Forschung zu kommen. Ihr werdet nachher sehen, wie sich das irgendwann auch addiert und zu einem unglaublich riesigen Punkt wirkt. Außerdem haben wir hier die Fähigkeit, Bündnis des Glaubens zu bekommen, wo wir 15 Mana pro Vasal bekommen und zusätzlich andere Fähigkeiten. Beides extrem wichtige Bücher, wie ich finde, die sehr gut zu unserer Wirtschafts- und Vasallenmobilisierung, unserer Propagandamaschine, unsere Gott-Kaiser-Maschine halt passen und ein super, ja, ein super Ziel für unsere Forschung sind. Leider kriegen wir erstmal keinen von den tollen Zaubern, das heißt, ich nehme einfach mal erstmal Wadus, was das schnell geht. Auch das ist immer eine gute Empfehlung. Mach das, damit er wirklich schnell das nächste Zauberbuch oder die nächsten Mischung bekommt an Zaubern. Ich wollte jetzt nicht die ganze Zeit neu würfeln, das kostet ja immer Mana. Man seht ja, nach und nach fallen sie, naja, wie fallen sie? Dadurch fallen sie unter den Zauber von Turborocks magischen, golddurchhauchten Gottsein. Und an sich läuft es wirklich gut, trotz dessen, dass uns Brunhild ziemlich auf die Nerven geht. Das Gute ist halt, dass Stilf, weil sie jetzt noch ziemlich bei Laune hält. Wir sind momentan noch relativ friedlich unterwegs. Das kann natürlich je nach Spiel ganz stark variieren. Ich kann aber auch sagen, wir sind tatsächlich eben recht gut ausgestattet, dass wir drei Armeen schon unterhalten können. Die sind jetzt nicht besonders, wie gesagt, viele Schlangen und so weiter. Aber wir haben halt die Möglichkeit, das schon in der 30. Runde gut unterhalten zu können, ohne dass wir komplett in Goldnot sind. Und auch das ist ein großer Vorteil. Und schon kommt die nächste Wasallemobilisierung. Das geht jetzt Schlag auf Schlag. Und jetzt können wir schon Chaos-Schläge erholen. Finde ich persönlich nicht so eine tolle Einheit, weil er nur drei Reichweite hat für seinen Angriff. Keine AOE-Fähigkeit. Steht auch in der Beschreibung so ein Nahkampf-Magier. Ja, nimmt man mal mit, weil es eine T4-Einheit. Aber der Magma-Geist ist viel wichtiger. Also jetzt wollen wir so ein bisschen switchen von Schlange zu Magma-Geist. Und schon haben wir auch das nächste Buch. Wir forschen jetzt mittlerweile immer schneller. Ihr seht oben links 213. Das wird noch stärker werden. Und wir können uns jetzt dieses Bündnis des Glaubens nehmen, um noch mehr unsere Versalen anderen zu binden. Und vor allem unser, wenn ihr es oben seht, Mana-Vorrat aufzufrischen. Denn Gold haben wir momentan genug, aber Mana fehlt uns tatsächlich noch deutlich. Ihr seht auch in unserer Hauptstadt, wie viel Forschung wir mittlerweile bekommen. Das sind schon extreme Werte. Und ich habe nicht mal die Akademie gebaut. Das heißt, da ist noch viel Luft nach oben und trotzdem ist das genial. Und hier kriegen wir schon mal unseren ersten wichtigen Perk, dass unsere Einheit aus der Vasall-Mobilisierung plus zwei Ränge haben. Ränge geben einfach Lebenspunkte dazu, manchmal Schaden dazu und so weiter. Und das einfach mal auf jede einzelne Einheit, die wir überhaupt spielen, werden zu bekommen, ist sehr gut. Ja, und dann ist es eigentlich interessant. Ich habe es aber ehrlich gesagt nicht aufgenommen. Ja, Brunelt hat uns halt den Krieg erklärt. Das ist deswegen nicht so spannend, weil Brunelt hat irgendwie gar nichts gemacht, außer da unten auch noch einen Außenposten bauen, den ich jetzt schon eingenommen habe. Sie steht mit ihrer Hauptarmee oder ihrem sie selber, steht sie noch immer da links einfach nur im Weg rum und wird von Stillfall angegriffen. Ich glaube sogar, ihre Stadt ist mittlerweile schon rechts gefallen. Wir belagern jetzt oben den Außenposten. Ihre Hauptheldin, also Brunelt selber, habe ich schon umgehauen, glaube ich. Und wir können jetzt tatsächlich wieder geilere Einheiten beschwören und zwar Zauberbrecher, ultra starke Einheit, Sichter, ultra starke Einheit, Dragona für unsere Strategie, weil wir hauptsächlich Kampfmagier, wie ihr seht, haben. Nicht so ganz so cool, aber ist okay und Knochendrachen finde ich als T4 Einheit auch so mittelmäßig, sind aber ganz gut als Tank, haben gute AOE-Fähigkeit, von daher auf jeden Fall mitnehmen. Wichtigste sind aber tatsächlich Zauberbrecher, werden wir nachher nochmal in einem Kampf sehen. Die sind schon recht, ich sag mal, überwältigend für die KI, aber das werden wir dann nachher sehen. Jetzt können wir es nochmal sehen hier, die Vasaillen-Mobilisierung gewährt den Gläubigen, das heißt, sie kostet weniger Abkeep, was ganz cool ist, also wieder ein bisschen wirtschaftliche Stärkung und 15 Mana. Das machen wir einfach jetzt auf jede einzelne Stadt, so dass wir richtig ordentlich Mana dazu bekommen. Das ist eine tolle Sache. Jetzt kommen wir noch zu gesegneten Verstärkungen, da könnt ihr auch auf eure Vasaillen-Stadt, also ihr seht, ich will euch jetzt mal all diese Zauber mal präsentieren, da könnt ihr auf ne Vasaillen-Stadt tatsächlich zwei gesegnete Seelen beschwören. Das können wir uns nachher auch mal anschauen. Die schlauen Füchse unter euch haben gemerkt, dass die Runden jetzt sehr schnell voranschreiten. Runet hat sich erst jetzt auf eine Belangung ausseit. Außerdem haben wir jetzt endlich das letzte lose Ende, nämlich hinten das alte Wunder, wo man Feen bekommt, eingenommen. Spoiler-Alarm, ich benutze aber hier keine Feen. Also die sind eigentlich ziemlich cool, kommen aber jetzt durch Runde 41 einfach zu spät. Da ist der Magma-Geist, was man halt durch die Vasaillen-Städte jetzt bekommt, wesentlich stärker. Dann möchte ich nochmal sagen, das ist wirklich eine super Änderung, wieder von dem kostenlosen Patch. Man muss es wieder sagen, das fühlt sich sehr gut an, wenn ich eine Vasaillen-Stadt habe und die mir wirklich bedeutsame Einheiten bringen können, nicht nur die Lame-Kultureinheiten, sondern sowas wie Magma-Geist, den ihr sonst nur beschwören könnt. Oder halt einen Knochendrachen, den ihr nur über Umstände bekommt. Das ist sehr gut. Sowas muss häufiger sein. Ich habe es wie beim Necromanten-Netzball schon erklärt, hier auch erklärt. Dann haben wir hier schön die C4-Bogenschützen. Ja, die Sucherpfeile gibt es noch, habe ich ja manchmal ein bisschen verdrängt. In dem Wind-Turm finde ich auch gut eigentlich. Das heißt, man hat dann die C4-Bogenschützen und kann ihnen direkt eine Reichweite dazugeben. Sehr stark. Und das ist eigentlich das gesamte Stack von Brunhild. Das sieht sehr schwach aus, weil es nur Fernkämpfer sind, aber der AOE-Effekt von den C4-Bogenschützen ist extrem stark. Extrem stark. Dann nächsten Basalisierung finde ich auch ganz cool. Können wir uns Kriegsboot holen. Als Tank-Einheit natürlich sehr gut geeignet. Mit einem Knochendrachen dazu. Dann haben wir die Frontline auch gesichert. Können wir endlich unsere ganzen C2- und 1-Einheiten, also Schlangen, endlich wegschicken. Ja, die stehen schon da unten in Delville drin. Das heißt, die sind wir schon mal losgeworden. Wir können noch viel mehr beschwören. Eigentlich müsste ich jetzt schon nur noch auf Zauberbrecher gehen und ein bisschen in die Frontline. Dann haben wir eigentlich schon unser Stack durch. Hier ist mir einmal das Spiel abgestürzt. Das heißt, ich habe hier irgendwie so einen Kampf durch Auto-Resolve gewonnen. Den hätte ich niemals selber gewonnen. Weil hier kommt nämlich das Problem, dass mittlerweile viel zu viele Schnitter, die extrem gebuft worden sind, in den verschiedenen alten Wundern drin sind, Silber und Gold, und die mich ziemlich fertig machen. Deswegen hatte ich Glück, dass es irgendwie geklappt hat. Ja, warum ist das Spiel abgestürzt? Das weiß ich hier nicht. Es ist auch immer einfach abgekackt, ja, und dann konnte ich halt nicht mehr viel tun. Als nächstes gehen wir dann auf das Buch der Zyklen. Warum? Weil Projektile Verwesung auch Kampfmage betreffen. Das heißt, jetzt fange ich erst an, nach 45 Runden oder so, endlich auf die, ja, Skillung zu gehen, die ich machen soll. Also nämlich die Kampfmage zu baffen. Währenddessen seht ihr oben am Bildschirmrand, wie unsere Ressourcen skyrocketen. Also wir haben wirklich extrem viele Ressourcen. Mittlerweile Gold ist sehr gut dabei. Trotzdem geben wir eigentlich immer alles aus. Mana ist sehr gut dabei und forschen es immer auch bei 350, was extrem krass ist. Als Fürchtenheld, der jetzt eher so der Offheld sein wird, haben wir uns einen Ziegenmenschen ausgesucht. Da ist es nicht wirklich relevant, außer dass er halt nachher unsere weiteren Armeen, ja, fördern wird. Dann haben wir noch eine Stadt namens Pavillos, die hat mit uns im Krieg gestartet. Dann haben wir ein ziemlich cooles Event bekommen, geben ein bisschen Imperium auf und können dann direkt einen Kooperationspakt schließen. Bringt uns natürlich jetzt nicht weiter für die Basallisierung, aber ist auch okay. Mit unserem Toborock sind wir dann Level 8 geworden, haben noch nicht über, noch immer nicht wirklich Konflikte mit Brunel gehabt, die hat da oben mal belagert, bin ich näher gekommen, ist die direkt wieder abgehauen, das war alles. Holen uns jetzt die Ordnungsaura, um massiv unser Buffwerk, sag ich mal, zu starten. Ihr werdet sehen, dass das auch noch sehr relevant sein wird. Dann versuchen wir mal die Gesegnung zu verstärken aus. Richtig toller Zauber, ja, hauen wir doch mal schön hier auf Traumgewöhn und da stößt das Spiel ab. Ja, diese Fähigkeit kann ich nicht nutzen, das funktioniert nicht. Und jetzt kommen wir zur allerwichtigsten Fähigkeit, wenn ihr diese Strategie spielen wollt, Hausabgaben. Minus 50% Kosten für die Versalisierung, was das total lächerlich gut macht. Wir können ja jetzt auch die umrangte Geißel nehmen, die ist okay, ich finde noch immer Magma Geißel und Zauberbrecher sind immer besser, aber es ist eine Kampfmage einer T4, von daher ganz okay. Ihr seht auch, wie wenig das jetzt kostet. Eine T3 Einheit oder teilweise die einfachen T4 Einheiten kostet 75 Gold. Wir haben eigentlich glaube ich alle zwei Runden jetzt eine Versalisierung, das heißt, ihr könnt extrem da hinterher gehen. Das ist schon unglaublich enorm. Und wir kriegen auch noch durch ein Event, weil wir so schön ordnungsaffin sind, kostenlos ein Buch freigeschaltet. Ja und jetzt ist eigentlich Ende mit dem gemütlichen Wirtschaftsaufbau. Ich habe mir wirklich Zeit gelassen. Ich meine 53 Runde finde ich jetzt nicht viel, aber jetzt kommt der zweite Part in diesem Video, denn jetzt gehen wir in die Offensive. Wir haben die finanziellen Mittel, wir haben jetzt die Möglichkeit sehr schnell Nachschub zu produzieren. Wir können starke Einheiten produzieren, die die KI teilweise noch nicht mal bekommen kann. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, Beruhnhild auch mal richtig auf die Mütze zu geben. Und ihr seht, ich kann direkt ein Stack ein bisschen schießen, oder drei Stacks ein bisschen schießen, weil eine einzelne Einheit irgendwie rumstand. Ich habe dann schön mit Straßenbau schön da irgendwie so Reichweite erhöht, kann ich euch auch nur empfehlen. Und dadurch konnte die KI nicht denken, okay, der erreicht mich mit Straße. Ne, die hatten da gerechnet, okay, er erreicht mich nicht ohne Straße, also er reicht mich momentan nicht. Und damit kommt man jetzt einfach, Problem annehmen. Wir sind wieder an dem Punkt, Mitte 53. Runde, dass ich wirtschaftlich so weit bin, dass Toborocks Gedankenmanipulation und geistige Verwirrung von den ganzen Vasallenstätten so weit ist, dass wir Nachschub produzieren können ohne Ende. Also die Zeiten der Schlange sind vorbei, wo wir einfach unsere Gegend gekleert haben. Die Schlangen konnten ja auch sterben, wie sie wollten. Jetzt haben wir wirklich schlagkräftige Armeen und kommen jetzt auch zum Buch der Überlegenheit. Ein Key-Ding, warum? Überlegene Magie. Ihr kriegt schon mal Eifer, wodurch ihr mit Geistschaden macht. Das ist wichtig auch für spätere Buffs. Und ihr kriegt jedes Mal, wenn ihr eine Einheit tötet, einen AoE-Effekt, der 20 Schaden an umliegenden Einheit macht. Und ihr kriegt die Siegeshymne, die eure gesamte Armee bufft und zwar mit dreimal gestärkt und Moral. Also extrem gut. Das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Buch, gerade um die Strategie, die wir jetzt so ein bisschen forciert haben, da wir ja nur mit Vasallen-Einheiten spielen, halt zu perfektionieren. Also Kampfmagie zu stärken. Rudelt hat tatsächlich ihre drei Stacks, die da unten in der Stadt standen, nicht nach oben gebracht und gibt sogar auf. Das habe ich selten gesehen. Ich habe da ganz, ganz viel Zeug verkauft, eine Runde noch gewartet und mal guckt, dass ich nicht von den Stacks angegriffen werden kann und habe tatsächlich noch einen Vasallen gewonnen und diesmal in Form von Brunhild. Das heißt, selbst bei Brunhild ist Toborocks Manipulation immer noch zutreffend. Wir erhalten sie auch noch als Vasallen. Denkt dran, die kann selber dieses Vasallen-Pakt nicht brechen. Das heißt, ihr habt die jetzt für immer als Vasallen. Das heißt, fast die ganze Karte, wenn ihr jetzt mal oben rechts guckt, gehört tatsächlich Turborock. Mal abgesehen von den blauen Sprenkel, die schon noch ein recht großes Gebiet haben. Und Gomi ist ja als Außerwettzerstörer natürlich komplett useless, sag ich mal, als KI, weil er sich nicht ausbreiten kann. Das heißt, für uns ist er nicht gefährlich, weil die Ausbreitungsfähigkeit der KI meist das Schlimmste ist, wenn die über ihre Ausposten, so wie Brunhild, hinschmeißen. Jetzt können wir die überlegende Magie aktivieren. Ihr seht, wie viel das kostet pro Runde. 46 Gold, 63 Mana. Wir können das aber stemmen. Das Ganze wird noch besser werden, wenn wir unsere Vasallen weiterhin pushen, weiterhin die Vasallenabgaben erhöhen, erhalten wir immer mehr Gold pro Runde. Das heißt, wir haben hier wirtschaftlich tatsächlich eine extreme Stabilität erreicht. Das bedeutet, es gibt auf unserer Liste jetzt noch zwei Gegner, Gomi und Stillfall. Beide werden wir natürlich besiegen. Ich werde versuchen, aber in einen erstmal so ein bisschen freundlich zu stimmen. Das wird Stillfall sein, damit wir uns erstmal in Ruhe um Gomi kümmern können. Ihr seht, wir können jetzt noch mehr beschwören, weil wir wieder Stufen erhöht haben. Wir können jetzt Steingeiste, das sind zum Beispiel auch ganz coole Frontleider, kann ich euch nur empfehlen. Nehmt niemals die korrupte Seele, finde ich extrem schwach. War vielleicht auch nur meine Meinung. Die Umwandlerin oben ist ganz nett, wegen Versteinern. An sich ist aber AOE Key, werden wir gleich sehen, wenn wir uns Gomi zuwenden. Der Gomi hat wie gesagt nur diese eine Stadt, mehr hat er nicht. Ich konnte jetzt auch sogar einen jungen Drachen übrigens noch, muss ich noch sagen, vasalisieren oder beschwören über die Mobilisierung. Den können wir natürlich potenziell auch zum T5 einmachen. Ihr seht, wir haben mittlerweile fünf Basalm und da ist noch keine Stadt, die wir eingenommen haben. Das heißt, momentan sind das wirklich fünf Städte, die hier von uns durch unsere tolle manipulative Propaganda und unsere Ordnungsaffinität eingenommen worden sind. Hier weise ich nochmal darauf hin, ich habe es tatsächlich vorher gar nicht realisiert, dass Gomi gar keine Städte nimmt. Ich habe das gemerkt, als ich oben links da irgendwie so eine, mit meinem vierten Stack da irgendwie so eine Exkursion und dann nochmal gemerkt, warum hat der keine Städte? Was ist da passiert? Ja, jetzt weiß ich warum. Dann haben wir das Buch der Erhebung jetzt gewählt, damit können wir aufgestiegene Krieger wählen. Das gibt ein Level für alle Einheiten in einem Stack, die keine Helden sind und die coole Herrscherstatue. Jede Verbündete, verbündetes Reich und vor allem freie Städte, die vassalisiert sind, geben drei Imperium dazu. Massiv. Und es gibt noch weitere Buffs, die das einfach zum absoluten coolen Ding machen, gerade thematisch für unsere Strategie. Kann ich auch nur empfehlen. Ist natürlich jetzt nicht super krass, aber trotzdem zu empfehlen. Ihr seht auch Gold mittlerweile, plus 600 Forschung bei 539 bei der 67. Runde und 250 Mana. Und nein, wir haben nicht wenig Armee, wir haben mittlerweile glaube ich fünf Stacks. Zwei sind halt oben da bei dieser Exkursion. Links seht das oben auf der Minimap. Da habe ich nochmal was Neues gegründet. Ist jetzt nicht mehr so wichtig. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir Gummi irgendwie den Krieg erklären. Ja, jetzt habe ich keine Rechtfertigung. Ja, ganz einfach. Bezahlt den jetzt ein bisschen eure Vergehen ab und auf einmal ist das ein gerechtfertiger Krieg. Ja, brauche ich nicht viel zu zu sagen. Ihr wisst, was ich von der Diplomatie halte. Wenn nicht, guckt euch die Videos an, Review, News, Tutorials, alles. Da habe ich ja immer drüber geredet. Komplett bescheuert. Also ihr bezahlt den einfach auf 280 Gold und danach könnt ihr ihm gerechtfertigen Krieg erklären, weil so läuft der Kapitalismus tatsächlich. Also von daher vielleicht ein Statement dafür. Krieg erklären geht immer gut, wenn ich vorher irgendwie Geld rumgeschmissen habe. Und dann bewegen wir uns auf die Hauptstadt zu. Momentan ist da gar nichts im Weg. Momentan seht ihr oben links zu den Außenposten. Da ist auch keiner mehr. Ich habe keine Ahnung, wo er momentan ist. Aber keine Sorge, es kommt jetzt endlich mal zum großen Kampf. Wir haben ja bisher noch keinen wichtigen Kampf gesehen. Ich hätte euch vielleicht jedoch den mit den Schlittern zeigen sollen, den ich ungefähr 15 Mal durchgespielt habe, nachdem ich ihn ja reproduzieren musste für euch. Das war ja sehr anstrengend. Habe ich aber am Anfang nicht drüber nachgedacht, dass der vielleicht ein relevanter Kampf wäre. Dann seht ihr, er hat schon ordentlich Stacks da. Und jetzt können wir nicht drüber reden, was hat die KI für ein Problem. Das da ist das Problem. Die KI stackt noch immer Helden in ihrer Armee. Das ist natürlich was, was ich auch machen würde, gerade auf brutaler KI, weil stackende, also Helden-Stacks sind extrem stark. Und Helden-Stacks sind auch von der Zahl her, von der Stärke, vom Stärke Wert her, sehr gut. Und das macht die KI noch immer. Das Problem ist, die kriegt aber auch die Debuff. Das heißt, diese Helden starten teilweise mit niedrigster Moral. Wenn ihr dann eine, eine tötet, brechen die schon zusammen und fliehen. Das ist halt komplett schwachsinnig. Triumph Studios, bitte. Sowas müsst ihr fixen, ihr könnt doch nicht im Patch was machen und damit die KI noch mehr brechen. Das ist so dumm. Das werden wir gleich noch im Kampf sehen. Nicht unbedingt bei Gomi, aber bei Stillfall. Stillfall habe ich erstmal einen, in Anführungszeichen, Verteidigungspakt geründet. Natürlich werden wir als Turbo-Rocks-Manipulator nicht irgendwelche komischen Nekromanten als Freunde haben, langfristig. Aber guck, zwischendurch war es ganz gut. Wir bauen uns jetzt mit den Straßen hier vorne ran, damit wir direkt den Angriff starten können. Die Stadt hat er sich einfach abnehmen lassen. Ja gut, kann ich verstehen. Und jetzt kommt es zum Kampf. Ihr seht aber, der Unterschied ist gar nicht so groß. Sie haben 4.000 zu 307. Das heißt, es wird ein, 3.700, nicht 3.700. Das heißt, es wird tatsächlich ein recht spannender Kampf. Das liegt daran, dass ihr halt wieder diese ganzen Helden im Stack habt und die Dunkelritter, die ich ja auch recht cool finde mit dem AOE-Effekt. Gucken wir mal, ob die überhaupt dazu kommen, uns anzugreifen. Wenn ihr schon hört, wie ich lache, ihr werdet den Kampf jetzt gleich sehen, das ist einfach ein Freundenfest. Wenn man wirtschaftlich so überlegen ist, guckt euch oben die Werte an und jetzt gleich im Kampf auch nochmal zeigen kann, wie man so richtig schön mit dieser Strategie die gesamte Armee wegfrühstückt, dann muss man einfach lächeln. Schaut euch jetzt mal an, denn jetzt werde ich diesen Angriff noch lange überlegen und mache ich, wir gehen direkt den manuellen Kampf, wir gucken uns nicht das Ergebnis an und schauen mal, wie das so funktioniert. Ja, wenn ihr die letzten Let's Plays gesehen habt, wisst ihr, was so die Strategie ist. Diesmal müssen wir uns aber keine Baits irgendwie an den Rand schicken, also Lockvögel, sondern wir haben uns einfach schön zusammengeklumpft, wie ihr seht. Das dauert ja immer ein, zwei Runden, das ist ja ein bisschen nervig. Ich habe tatsächlich hinten so ein Wahrzeichen, das Lichtet aufgestellt, es gibt mal 5 Moral und heilt und ihr seht, die ganzen Buffs die da aufploppen, weil diese Ordnungs-Aura, die Turbo-Rug hat, die alle beeinflusst. Dann haben wir tatsächlich unseren, wie heißt er nochmal, Berserker, Kriegsboot genau, haben wir jetzt als Tollen bei uns mit drin, also Berserker sage ich jetzt mal, der greift uns jetzt auch an. Das hat die Kaira so gar nicht dumm gemacht, weil der natürlich schön vor unserer Backline steht. Also habe ich da schnell mal so einen umrangten Hüter hingeschickt, damit er da keine Probleme bereitet. Ja und jetzt ist unser Zug. Die haben wir jetzt angegriffen, unser Kriegsboot greift jetzt vor den Gegner an, kommt also hin, das ist ganz gut. Ich gebe nochmal schön drei gestärkt, fünf Summoral drauf und jetzt fangen wir mal an. Guckt euch diese Buffs an, ihr könnt ja mal gucken, was die jetzt alles mittlerweile beinhalten an Buffs und ihr könnt jetzt mal sehen, was für Schaden unser Sichter zum Beispiel macht, 58 Schaden, wie ich würde das reduziert, der Hauptplan ist aber direkt mal markiert und das ist noch das harmlose, sage ich mal. Wir werden jetzt gleich mal zum zentralen Damage kommen. Da Nummer eins, ihr seht es jetzt, der Zauberbrecher macht massiven AOE-Schaden an allem Die umrangte Geißel hat sowas leider nicht. Die hat einen Stärkeentzug, das ist eher so, ja, die Buffen, dann könnt ihr die halt unbeweglich machen und halt ein Single-Target-Angriff. Ist nicht sehr überwältigend, ist ganz in Ordnung. Auch da kann ich nur noch mal sagen, nicht jede T4-Einheit ist besser als eine T3-Einheit. Wer euch sowas erzählen will, erzählt Schwachsinn. Eine starke Einheit hat AOE-Fähigkeiten oder irgendeine andere Utility oder ist so eine krasse Glaskanone, dass sie halt alles andere aufwiegt, wie zum Beispiel viele Fernkämpfer. Zum Beispiel ist der C4-Bogenschütze, den ich eben erwähnt habe, auch deswegen so massiv stark, einfach weil er eine AOE-Angriff hat. Und jetzt können wir sehen, unser Komet ballert erstmal da vorne rein. Da können wir schon mal ordentlich HP abziehen. Unser Turbo-Rug ist also mittlerweile wirklich zum absoluten Gott geworden. Und das ist nur eine einzige Fähigkeit, die er ab und zu mal benutzen kann. Ihr seht jetzt 35 Schaden so im Schnitt. Das ist schon ziemlich ordentlich. Da kann man mit arbeiten. Dann seht ihr hier nochmal die Magma, den Magma-Geist. Auch das seht ihr. AOE-Fähigkeit. Absoluter King. Ihr könnt zu schwachen Einheiten damit einfach wegnukeln. Und ihr könnt auch stärkere Einheiten, somit zwei, drei von diesen Aktionen, komplett aus dem Leben brennen. Ihr seht es da. Vernichte hier einfach mal vier, fünf Einheiten. Die sind gar nicht mehr relevant. Weil, denkt dran, jedes Mal, wenn diese Einheit was tötet, durch überlegene Magie, die platzen die Einheiten und verursachen im Nachbarbereich nochmal 20 Schaden. Nicht vergessen. Das heißt, jeder Kampfmager, der eine Einheit tötet, lässt nochmal drumherum alles explodieren. Ich benutze das hier nicht mal professionell, weil ich zum Beispiel jetzt erstmal alles andere an Schaden machen sollte und dann mit dem Held hier vorangehen sollte. Aber ihr seht halt, wie viel das ausmacht. Das ist halt wirklich brutal. Wir haben noch einen Dragoner mit. Wie gesagt, ist nicht die beste Einheit für uns. Aber wir sind, wie ihr schon merkt, obwohl da links dieses krasse Stack ist mit den Helden und den Dunkelrittern so krass im Vorteil. Einfach wegen der AOE-Fähigkeit schon. Das ist wirklich enorm. Und ihr müsst daran denken, ihr verliert, die Helden haben eh schon sehr niedrige Moral und jedes Mal, wenn wir was töten, verlieren die nochmal Moral. Das kann man sehr gut erkennen. Bats, da habt ihr das Video gesehen. Kampfmager hat den Helden gekillt. Dann ist der geplatzt und der Hauptheld ist dadurch auch gestorben. Und man kann jetzt schon erkennen, dass die Dunkelritter langsam die Moral verlieren. Eindrucksritual. Später haben wir dann auch noch schön die Fernkämpfer da gebunden und sind noch immer nicht durch. Können jetzt mit unserer zweiten Kriegsbrut, die auf der linken Flanke ist, auch nochmal schön Damage machen. Und jetzt kommt noch der Knochendrache mit noch einer AOE-Fähigkeit. Wenn da jetzt noch eine Einheit stirbt oder zwei, dann ist tatsächlich der Kampf schon gewonnen. Wir können den Dunkelritter umhauen. Und die Moral, ja, noch nicht. Noch ist sie da, aber dafür haben wir ja noch so kleine Kleinigkeiten wie die Level 1 Spinne. Und wir haben noch unseren anderen Drachen. Können wir auch nochmal probieren, ob wir da vielleicht maximalen Schaden machen mit so einem Schwanzschlag. Batz, der ist auch ganz in Ordnung. Kann man nicht nichts Schlechtes zu besagen. Ist natürlich das Problem, dass er in den Nahkampf gehen muss dafür. Bisschen ein bisschen ärgerlich. Ansonsten geht es jetzt eigentlich darum, noch irgendwo ein bisschen was zu killen. Genau das da. Und dann flieht der Rest der Armee. Ja, warum? Weil wir halt innerhalb von einer Runde, denkt an, das war ein Kampf, der hat drei Minuten gedauert. Innerhalb von einer Runde durch unsere AOE-Fähigkeit, durch die Zauberbrecher und die Magma-Elementare und unsere Helden alles vernichtet haben. Und damit haben wir den Kampf tatsächlich gewonnen. Das war ein absolutes Überlegenheitsfest. Der hatte null Chance, irgendetwas zu tun. Das heißt, im Rausche des Sieges hat Toborock und seine ganzen Vasallen schafft sich entschlossen, Stillfall sofort das Bündnis aufzukündigen. Stillfall hat auch schon T5-Einheiten, diese Umkehrer-Golems oder wie die heißen. Die sind aber, ja, nicht so relevant, werden wir danach auch nochmal sehen, weil die tatsächlich sich sehr splitten. Der hatte natürlich seine 10 Stacks oder sowas, ist aber sehr aufgezeigt mit denen, was in meinen Augen ein großer Fehler ist. Ihr seht, da sind drei Stacks, die sind aber jetzt nicht übermäßig stark. Wir werden mal schauen, auch dieser Golem hilft dabei jetzt nicht wirklich und deswegen können wir direkt die erste Stadt, die ihr auch bei uns forward settlet habt, vor unserer zweiten, äh dritten Stadt, die ihr oben seht, können wir dann belagern und bringt auch tatsächlich überhaupt kein Problem und hier mache ich einmal, glaube ich, nee, noch nicht, die Rekrutierung, aber ich kann jetzt halt theoretisch durch diese umrangte Geißel, die kann halt diese Mini-Einheiten durch Töten halt beschwören, kann ich mir diese Mini-T1-Einheit holen, die ist jetzt nicht relevant, aber deswegen hatte ich diese eine Regel mit eingeführt. Ihr seht, wir haben jetzt sechs Stacks, guckt euch oben die Werte an, alle sechs Stacks sind nicht schwach, alle sind voll durchgebufft und trotzdem haben wir 600 Gold, wir haben 868 Forschung und wir haben fast 500 Mana pro Runde. Das heißt, ich Geronimo hier einfach den Berg, das ist mir komplett egal, was er da unten stehen hat und tatsächlich wird das auch nicht wirklich, das Problem sei, die zu besiegen, werden wir gleich sehen. Mit den anderen drei Stacks, die ich nebenbei mal rausgehauen habe, die haben auch ab und zu mal Verluste erlitten, war mir aber egal, ihr könnt sehen, was wir alles rekrutieren können, absolut krankhaft. Habe ich einfach mal jetzt die zweite Stadt erobert oder angegriffen und jetzt erobert. Damit fällt auch Sommertal an uns und damit bleibt nur noch seine Hauptstadt übrig, die tatsächlich von unseren Vasallen, ihr seht es rechts im Bildschirm, konstant geplündert wird, konstant wird der Harris, auch von Brunhild tatsächlich, konstant angegriffen. Ja und wir sehen jetzt hier wieder das Problem, guck mal wie die Helden, die sind, die hat fünf Helden in einem Stack, was für einen Schwachsinn, die sind schon in niedriger Moral. Das heißt, wenn ich jetzt eine oder zwei Einheiten töte, habe ich schon gewonnen. Denn das ist die einzige Stärke, die dieser Stilfer hier in diesem Kampf hat. Ja, noch ein Knochenrache und klar, viele untote Einheiten, die auch nicht schwach sind und so weiter. Aber ihr seht alle Helden, ihr seht die ganzen Helden hinten, sind alle schon am Blinken. Das heißt, deren Moral ist schon niedrig. Diesen Kampf kann der also nicht gewinnen. Weil wenn deine Hauptstärke Helden sind und die alle schon schwach in der Moral sind, können die gar keinen Schaden machen. Wir haben uns auch die schützende Kuppel mittlerweile, auf einen Helden geht, können wir nochmal unsere Armee heilen. Wir hauen wieder konstant die Buffs drauf, die Siegeshymnen und jetzt seht ihr halt einfach, wie diese Armee wegschmilzt. Diese untoten Armee sowieso, im Speziellen nochmal, dadurch, dass wir auch viel Heiligen Schaden haben, werden wir einfach so wegschmelzen, dass können. Ich gucke, dass ich das einigermaßen optimal mache. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, wenn ich jetzt zwei Einheiten töte, bricht die ganze Armee auseinander. Ich kann hier eigentlich nichts falsch machen. Muss ich ganz offen sagen. Ihr seht, natürlich haben wir überall wieder Beschwörungsfähigkeiten genommen, wie immer, weil es halt die mächtigste Fähigkeit ist und die Fähigkeitspalette. Schönes Erdanventar ist super auch für so einen AOE-Angriff. Von daher genau das, was wir brauchen. Ich habe tatsächlich sehr schlechtes Positioning hier in dem Kampf betrieben. Unsere Zauberbrecher können ihre AOE-Fähigkeit nicht so gut anwenden. Reicht aber auch so, ihr seht, wie viel diese Magma-Geist an den untoten Einheiten macht. Weil denkt dran, Untote sind nicht nur gegen Heiligschaden, sondern auch gegen Feuerschaden schwach. Das seht ihr. Da platzen diese untoten Einheiten und jetzt bam, bam, bam. Ihr seht, dass die ganze Zeit dieser Geistschaden an die umgebenden Einheiten weitergegeben wird. Das kann auch kaskadieren. Ah, schönes Wort. Wenn die nämlich dann auch stirbt, die nächste Einheit, dann wird sie die nächste getötet. Und das ist natürlich gerade gegen Stillfall mit dem heiligen Schaden einfach ein Untergang für ihn. Ihr seht, wie viel AOE ich hier einfach rausballere, konstant. Ich töte einfach wahllos auch wirklich Einheiten, weil ich weiß, dass links sofort alles brechen wird. Und wenn die Helden fliehen, ist der Kampf vorbei. Deswegen versuche ich hier irgendwie maximal einfach wieder in der ersten Runde, wo ich dran bin. Ihr seht, jetzt ist Runde 3 tatsächlich diesmal, dass wir da wirklich, ja meist ist Runde 3, stimmt, weil wir uns jetzt mal aufstellen müssen. Das dauert immer zwei Runden, leider. Aber ihr seht jetzt mal, wie ich jetzt mit dem Drachen noch hingehe und eigentlich das Ganze jetzt beende. Wat? Und ich glaube, ja, dennoch sind sie nicht geflohen, noch geben sie nicht auf. Ihr müsst immer mal links auf die Helden gucken. Die brauchen natürlich immer länger zu fallen, zum Fliehen, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, auch wenn sie an uns rankommen, wenn man wenig Moral hat, macht man auch kaum Schaden. Und jetzt fliehen sie alle. Seht's links. Alle Einheiten fliehen. Das ist kein Problem. Ich glaube, die untoten Einheiten, selbst die untoten Einheiten kommen langsam ins Wanken, obwohl die ja gar nicht von der Moral so massiv beeinflusst werden. Und dadurch ist der Kampf eigentlich jetzt schon durch in der Runde, die wir jetzt gerade den Kampf eigentlich gestartet haben, gefühlt, weil davor sind wir nur hin und her gelaufen. Ihr seht also wieder ein absolutes Überrennen dieser Geschichte. Diese Strategie macht also extrem viel Spaß. Ich kann sie euch nur empfehlen und ich kann nur noch mal betonen, wie stark es ist mit den neuen Vasalisierungsangeboten, die die Städte bereitstellen. Macht's halt wirklich Spaß. Und absolut eine krasse Strategie, die man auf jeden Fall auch gut gegen hohe KI, Shark KI nutzen kann und wo man wirklich absolute Überlegenheit dominieren kann, zeigen kann. Ich finde auch einfach die Ordnungsbücher, die diese Vasallenstädte halt pushen, super cool. Die könnten manchmal sogar noch mal stärker sein, aber gerade so was, dieses plus 15 Mana pro Vasallenstadt. Das ist natürlich absolut klasse. Wenn ihr da einigermaßen eine gute Strategie habt, wie jetzt hier, könnt ihr halt wirklich, wie ihr seht, dominieren. Ich habe übrigens den Drachen auch auf T5 bekommen, indem ich aufgestiegene Krieger genommen habe. Kann ich also empfehlen, wenn ihr Evolution spielt, dann benutzt tatsächlich aufgestiegene Krieger, um eure Drachen zu leveln. Und dann ist es eigentlich so gut wie vorbei. Ich zeige jetzt noch einmal hier die ganze Geschichte. Ihr seht, Vasallenstadt plündert hier. Brunelz hat ja auch schon eine Stadt eingenommen. Ich glaube, oben Bolwerk hat sie eingenommen. Hat unten auch eine Vasallenstadt eingenommen vom Stillfall. Wir haben eigentlich die ganze Stadt und Kontrolle, ihr seht, wir haben jetzt mittlerweile durch die eingenommenen Städte acht Vasallen und sind natürlich massiv stark aufgestellt und eigentlich kann uns nichts mehr aufhalten. Und dementsprechend beenden wir jetzt das Spiel und haben eine totale Dominanz unserer manipulativen Fähigkeit gezeigt. Und natürlich gezeigt, ja, ihr könnt Age of Wonders durchspielen oder Age of Wonders 4 durchspielen nur mit der Vasallen Mobilisierung. Und es macht verdammt viel Spaß. Wieder wie beim Nekomanden kann ich nur mal betonen, das macht Bock, Leute. So muss das Spiel sein, dass man sich so mächtig fühlen kann, wenn man eine anständige Strategie hat. Deswegen empfehle ich es euch nur, gerade weil ich es jetzt geschnitten habe, könnt ihr es einfach noch mal versuchen nachzuspielen und mal die gleiche Erfahrung zu machen wie ich. Denn das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ansonsten, wie immer, ihr wisst, was ich zu tun habe, wir wollen ja das Forward Settling beseitigen, also abonniert, damit auf jeden Fall dieser Kampf gegen das Forward Settling der KI aufgenommen werden kann. Und, ja, was soll ich sagen, es macht tatsächlich Bock, wenn solche Mechanismen durch Patches eingefügt werden. Da kann man auch mal lobend sagen, das ist gut gemacht. Und von daher bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder und, ja, haut rein. Ich nehme auf jeden Fall einen aufgestiegenen Märtyrer. Ich denke nämlich, das passt ganz gut zu meinem Stil, denn ich bin einfach ein super Kerl und Toborock auch. Von daher sehen wir uns dann wieder. Haut rein. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020